mehr hörst du nicht das sieht interessant aus die hülle sieht generell interessant aus die gold ganz viel das wollte ich verhindern was wollte ich eigentlich verhindern damit ein bisschen dumm von mir luft wasser wie gesagt hier können ich kann leider ein trash in der ecke warten dass wir sind doof gold ab magma cubes das sehe ich doch schon das quads können wir uns aber das lade so die brauchen wir eigentlich gar nicht was dafür die arbeit ist schweizer schweizer das müsste schneller gewidt arbeit ist hier habe ich keine xp bekommen jetzt magma cubes kann zwar nicht schwimmen das ist das problem ziemlich halt gnadenlos mit runter ob wir hier irgendwas spannendes finden autilus rechts neben mir wurde irgendein gegenstand aufgehoben das ist ja schön für rechts neben mir das soll wasser sein hier nichts spannendes wenn man noch nicht tief genug was das denn da mit den namen nach dem elegantesten hin aluminium 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 nichts was ich brauche also ich gucke hier nach zertus quads suche ich gerade und nach platin natürlich amethyst wenn wir irgendwo amethyst finden wir natürlich auch geil unsere diamanten ach idiot ich sollte vielleicht doch die diamantspitzacke nehmen da ist er das quads du silber ich brauche leider kein silber oh Gott sei Dank brauche ich kein silber ich habe so ein bisschen schiss dass hier ein treasure irgendwo in der nähe ist ich habe gefühlt gegen alles schon gekämpft nur noch nicht gegen treasure da habe ich mich beim letzten mal nämlich elegant gesteckt das ist silber das ist tin das ist tin das ist bismut das ist das nix vor platin was für ein scheiß hier danke hier vorne ist zertus quads das habe ich gesehen wir nehmen erstmal jetzt hier hamburger wasser lecker in folge so mit wasser aber kurz beschweren dass er mir das nicht gibt aber er hat mir noch gegeben auch noch zertes quads das nehme ich mir auch mal mit das braucht ja keiner da braucht irgendeiner von euch das zertes quads hier dann müsst ihr euch jetzt melden ein keiner ok in können aber mitnehmen auch aber auch nicht weil ein bisschen schiss dass hier ein treasure kommt weil die sind ein bisschen geil weil die hatten die können nämlich so schockwellen los schicken und ich weiß nicht was dann passiert das ist so das problem was ich habe irgendwo bei ihm und diamanten aber ein diamant ich habe mich immer sagen ich habe genug kohle auf jeden fall wieder gesammelt die gegend hier gefällt mir gar nicht wenn ich jetzt mal ganz ehrlich also nicht von dem was hier so zu holen ist sondern einfach nur weil die gegend nicht gefällt aber ja auch nimmt schaden das zertus quads ich bräuchte platin so langsam wieder ich habe kaum noch platin das ist wirklich so ein problem das ist marble das ist silber eisenherz bräuchte ein bisschen platin im platin links wo platin so gibt es nicht so platin das ärgerlich bräuchte platin wenn ich jetzt auch mal hierhin das silber eisenherz können wir abbauen aber das brauchen wir halt null das silber eisenherz bräuchte platin das silber eisenherz bräuchte platin hier in ort hin oder bis mut haben wir hier kohle haben wir hier und haben wir wieder so ein snake ding wenig mein glück stimm ich jetzt genau in die richtung von treasure irgendwo platin wieso gibt es denn hier nirgendwo in der welt mehr platin wofür habe ich doch gar nicht abgegrast davon weil ich habe viel abgegrast oh hier sind wir jetzt wieder du? achso du bist wieder oh das ist ein schiff das waren wir schon mal im schiff neben da keine ahnung oh ja embedded ammonite das würde ich auch gerne mitnehmen ok guck mal hier wieder runter wahrscheinlich gibt es ja hier nix spannendes kohle aber kohle haben wir ja gesehen habe ich ja schon wieder genug gesammelt die wir so verstecke unter wasserhöhlen weil du halt hier so viele erze immer hast ne das ist schon leicht geil und halt mit unserem neptunium unser neptunium ausrüst du die ja mittlerweile voll gemäxt ist wo war jedes dann das ist an das ist platin boah wir haben platin gefunden wir haben ein platin gefunden ich bin so glücklich bitte sei da noch eins runter komm schon das zettus quarts weiß genau nicht wo diese treasure spawnen das ist auch ein bisschen ärgerlich für mich mehr tiefsee wer ist gerade viel zettus quarts ich bin doof ich hätte mir ja nicht die crowe mitnehmen können die crowe karte dann hätte ich das nämlich ganz easy hier eine crowe weg machen können alles mal ein kurzes stadie weg machen silber 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 gold 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 weiß auch nicht mehr auf welcher höhe platen spawnt das mein problem das falsche kupfer hier ist in da ist aluminium auch so nervig ist das aluminium und platin sieht halt fast gleich aus ne platin hat noch so ein noch ein bisschen blauer als aluminium das ist der einzige unterschied auf distanz sieht es halt fast gleich aus ne werdet amonite ich habe keine ahnung was man damit machen kann ich nehme es einfach mal mit das ist auch kein platin ich will mal kurz wissen was man hier mit machen kann wo kommt das denn vor eine kabelfassade kann man damit machen ok cool das ofen eine nautilo schade kriegt man damit ah interessant ich meine sofort ertrunken oder so habe ich hier null angst tatsächlich weil ich bin einfach so low ich bin einfach so low wir machen ja einfach gar keinen schaden umgegangen aber war Mamo ohne Ende auch gut zu wissen da haben wir aluminium ich weiß jetzt schon nicht mehr wo ich hergekommen bin was haben wir nicht hier unten noch ich werde mich hier so verirren ach so hier sind wir jetzt wieder ok ja ja gut dann weiß ich wo das alles cremig dann weiß ich wo ich bin aufpassen aufpassen so wegen den Mama Cubes so das ist bilber das ist lapislanzuli da oben ist zertusquartz das ist nett zertusquartz da haben wir zink oder so wo war das zertusquartz gerade hat der zombie stöhnt ja dann stöhnt immer noch eine Stunde nett sehe ich hier doch gar nicht Luft noch gemacht brauche ich nicht weil ich ja genug sehe äh genug atmen kann reden tue ich jetzt nicht so viel aber weil ich ja unter Wasser atmen kann deswegen braucht das Luftgloch nicht Kai bräuchte sowas also zertusquartz kriegen wir genug ich habe übrigens immer die ganze Zeit die ein Finger auf der 1 wo unser Schwert drauf ist falls uns jetzt irgendwas angreift wie schlimm ist du hörst es ja nicht unter Wasser wenn was kommt das ist nochmal zertusquartz das ist auch nochmal zertusquartz das gönne ich mir auch mal kurz schritte ja schön für die schritte ja schön für die schritte hier ist noch mehr hier habe ich nicht ich sehe es kommen ich laufe in so einen scheiß das ist gleich rein jetzt noch mehr zertusquartz wir gehen erstmal hier hinten hin da ist nämlich noch ein diamant oh das sind zwei dias die gönnen wir uns auch mal wie gesagt das neptunium das lohnt sich auf jeden Fall wenn ihr das modpack haben wollt wenn ihr das modpack wickel brauchen wir eigentlich nicht ah zertusquartz oh das ist sogar geladen perfekt wenn ihr das modpack haben wollt wie gesagt einfach auf dem Discord server springen in die Gruppe kommen oder euch selbst die Berechnung geben eben kurz schreiben wenn ihr wisst wie das geht ja alles hin ja ich empfehle euch sammelt auf jeden Fall neptunium so eine neptunium rüstung was halt einfacher ist für euch wenn ihr in der eigene Welt laden wollt modpack vergeben weil das sieht aus aber auch ein marble sagen das sieht ein bisschen aus wie Knochen war jetzt schon ein bisschen bin ich jetzt schon ein bisschen suspekt so viele Knochen Hallo? einer hier? war ich hier schon? ich weiß es nicht gut möglich dass ich hier schon war ja hier war ich schon ne ja doch hier war ich glaube ich schon ja hier waren wir glaube ich schon ich glaube hier waren wir schon ich bin mir aber jetzt wie gesagt nein waren wir nicht hier ist Status Quads oh sogar geladenes Status Quads eher nice das ist normales Status Quads lalalalalalalalalala lalalalalalalala dass wir einfach nur Richtung Norden gehen wollten ne und hier sind wir jetzt per Zufall reingestolpert das ist da oben das ist Eisen Eisen brauchen wir auch mal rein wir brauchen Platin nicht von jedem was spannendes ne 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 leider nicht leider sojanisch Kohle aber Kohle habe ich also Kohle brauche ich gerade nicht ist gerade oben an der Oberfläche Nacht macht das ganze jetzt nicht unbedingt entspannter bin ich ganz ehrlich ich hab dich hier oben schon geguckt ja hier hatte ich schon geguckt hier oben an dieser Status Quads abgebaut aber da das ist kein Platin bisher nur ein Platin gefunden das stört mich schon so ein bisschen wo wir uns glaube ich gerade ganz hart im Kreis das kann auch durchaus sein deswegen schwimme ich jetzt einfach mal hier lang Aluminium, Aluminium eh auch Platin Kohle brauche ich dich auch aktuell nicht mehr und das hier brauche ich auch guck mal das brauche ich aber weil gut ist unten rechts steht wenn Trasher was macht platschen platschen ist auch nicht gut la 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 die das auch gut genommen ist auch nochmal Zertus Quads als nächstes wo Ritium oh Ritium ist noch seltener als Platin können wir auch mal mitnehmen hätten wir Ritium auch mitgenommen Zertus Quads wie gesagt nehmen wir immer mit und mh 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 also cool findet das Zertus Quads äh XP gibt finde ich auch ganz nett ein netter Nebeneffekt oh hallo Abo-Nebeneffekt was geht denn hier? wenn ich bin bei Full Life ne und dann ist es dafür brauchen wirksamkeit hätte ich das haben bei einer amethyst abbauen müssen wir uns das behalten hätten wir das behalten könnte das quatsch gibt sie bitte bei full life wie was sollte das denn in hier drin ist meistens immer nur gold bei gold wurden auch nicht von der schlange gebissen haben kein schlangengift abbekommen also hier ist auch nichts spannendes außer der zertus quatsi cool wie viel zertus quatsi hier bitte finden wie viel haben wir denn jetzt schon wieder voll 35 stecks davon dass wir haben schon wieder sieben diamanten gesammelt schlecht ein platin traurig alles gefühlt um was und dann ein platin eisen ich meine eisen haben wir genug durch unsere ganzen quarries anjum ist auch nett aber brauchen wir auch eigentlich nicht so wir gehen die mal rechts lang vollemann verderben wahrscheinlich rein und spannendes und tag gibt es sowas ich weiß nicht was man aus silber machen sollte und goldene apfel den nehme ich mit die goldene jetzt lasse ich mal liegen auch ich gerade nicht so zunehmend die mal schaden weil die auf dem magma block dann aber gut er zieht er natürlich ganz schon runter der magma blocken das arsch gerne magma blöcken ich ziehe nicht ziemlich schnell runter wenn ich mir den jetzt mal oder war sogar lava runter ich sehe jetzt könnte was spannendes sein aber wir gehen jetzt erstmal wenn wir jetzt erstmal wieder hier zurück so wir sind jetzt hier rechts hergekommen gibt es hier links irgendwas spannendes bei silber silber zähl das quarts nehmen wir mit durch meister server mich immer ein stück zurück das ist immer ein bisschen komisch wir brauchen bald neue neue diamant hatte ich sowas bei der hälfte das jahr ist cremig so zeltes quarts kristalle müssten eigentlich jetzt genug haben ich glaube die kann man sich auch selbst züchten wenn ich das richtig sehen aber zum gestöten schön über eine runde klein schwappelt naja wenn man auch schleim irgendwo zu wissen also ist ja irgendwo eine höhe so infos die immer gut sind wenn man die weiß 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 immer ob irgendwo das menschen scharf auch gut viele bruder los aber richtig viele die können wir uns doch mal alle hier mal gucken ich will davon mittlerweile schon wieder haben mal kurz 21 aber hier schon 28 haben wir wir haben schon wir haben alter das ist der hammer wie viel wir hier einfach sammeln das ist echt krank 17 kohle oder haben wir auch auf jeden fall wieder genug mal kurz weg weil ich muss nämlich hier mal gucken was es hier so gibt nix spannendes ok dann kann ich auch wieder weg das gold lasse ich mal hier da war drunter ist auch gut zu wissen hier ist eine kohle drunter und die kohle brauche ich jetzt nicht mehr obwohl müssten jetzt auch genug haben müssen wir uns einen weg hier hinten her naja war klar war klar dass ich ein bisschen dumm bin das ist schlimm man das werden wir überleben ganz ehrlich macht immer nur ein halben halbes herz damage das ist nicht so tragisch oh zettus quarts und ich glaube sogar platin wenn ich das richtig sehe alles kabeljau das zettus quarts was ich mitgenommen habe gerade nicht geladen natürlich geil ist jetzt geladen ruhig schon geil wir sind wieder bei level 25 angekommen wasser fließt das ist schön dass das wasser fließt so da hinten haben wir wieder embedded ammonite das brauche ich aber gerade nicht haben wir hier schon kommen wir hierher wie sind nicht aluminium also kommen doch könnte sein dass wir hierher kommen aluminium haben wir ja bisher mal nicht gelassen aber hier ist viel marmor das ist auch echt geil so das selbstpasst nehmen wir auch mal mit das können wir uns mal würde ich mal so sagen da ist alles oder ist noch einer hinter komm her oh da sind sogar männer hinter guten tag brauche ich mal eben zu ne haben zu verständnis für ne stopp weitermachen ich habe Bock dass es mich von da irgendwas angreift block bricht nö ich habe noch keinen block angepackt die brechen könnte immer sehr oh fuck ruhig wenn man nichts macht und irgendwo einen block bricht lass mich doch jetzt hier durch so haben wir ein bisschen zertes quatsch ich glaube wir werden hier nie wieder herausfinden wenn werden wir sterben von einem treasure und ich habe irgendwann tritt ein ja das weiß ich das problem oh junge oh hier unten geht es auch noch weiter ach hier kommt man jetzt hin das ist silber das brauche ich nicht ich hante gerade einfach nur zertes quats und platin und so all das lasse ich erstmal hier ach zur not können wir hier immer noch eine quarry hinbauen und eine quarry sagen dass es hier abbauen soll ich hatte nichts spannendes oder ja alles gerade auch nichts spannendes das da ist aluminium das oder silber das juckt mich halt auch null das hier ist schon spannender oder sogar geladen wieder nett wir finden hier auf jeden fall eine menge gutes zeug auch ein platin das ist mein problem aber eine platin sachen gehen langsam kaputt wie zum beispiel das schwert und so aber jo das stimmt nicht mit der rüstung schwimme ich echt schneller das fühlt sich auf jeden fall schneller an sagen wir es mal so hier ohne problem drüber hinten nehme ich mal gucken was es hier so gibt du ahnst es ach da ist auch wieder zertes quats das ist schon mal gut zu wissen ich will mal gucken was es hier hinten sonst noch so gibt ich will mal gucken was es hier hinten sonst noch so gibt irgendwas spannendes finde ja diamanten diamanten und zertes quats da hier mich nervt der weg oh da ist basalt unter nett und lava mach mal blöcke müsste ich jetzt gleich genug haben da ist da ist das das ist das das ist das diamant menschen scharzt nämlich auch mit so viel zu viele sind und die anderen gerade irgendwo hingeflogen jetzt aufgenommen ich hoffe mal ich habe mich versteckt ich nur gesehen dass er irgendeine attacke gespielt aber nein das sieht nicht nicht aus ich kann aber darunter dass er sich auf hatte wie viel diamanten für wenige schon leicht geil ein bisschen das kies drunter oder drüber auch hier ist noch ein diamant alles mit weil alles mir die angebete ich habe mal eben kurz hier wirft ihr mann rausgeholt fliedermaus fliegt los das ist schon leicht hier oben sind noch diamanten zu hause das da könnte aluminium sein und ist sehr aluminium mäßig aus hier haben wir schon ohne ist offen nicht mitgenommen wirklich bestimmt nicht mit mir die leertaste ich aber nicht drücken sollen noch mehr weg weg das ist ganz ernst ich weiß nicht wo der treasure her kommt und wo der heimisch ist aber je länger wir uns hier aufhalten desto wahrscheinlicher desto größer wird die wahrscheinlichkeit dass der irgendwann kommt scheint doch gerade irgendwo was gehabt was außer wie platin war das denn jetzt nach oben war aluminium ok ist uninteressant für mich aluminium war aluminium ist Kohle ist gar nichts ist ist bismut bismut kann interessant sein nur noch andere sachen die näher sind anschließend verklüftet zerklüftet hier muss ich ja sagen irgendwie cool bistungswert von 20 cool mit mir das auf ja ich bin da bei solchen sachen bin ich immer oh blu 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 ähm ich komm jetzt hier nicht mehr raus und ich bin immer Marmor da ist auch noch Zeit aus Quarz ja fast vermuten hier in der ecke waren wir noch nichts Dibbel Dibbel da ist auch Zeit aus Quarz munter Wasser Flucht hier cool cool cool